Herzlich Willkommen im Club. Und wo wir jetzt die ganzen Sachen für Staatsunternehmen und so weiter haben und die Vorteile, die in den Wahlen so sind, schaut euch dann einfach alleine an die vielen Medienverlagen, die so die beste Idee geteiligt ist. Schaut man nämlich zum Beispiel einfach mal die deutsche Beruf- und Verlagsgesellschaft an. D, 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 H. Habt ihr oder 15 Mitarbeiter, da wo wir uns sehen, wie wir jetzt sind bei Stamm und macht eine schlechte Runde. Ja! Neue Bestzeit. Krass.